Heute. Boah, es wird langsam warm. Ich muss mal den Flex aktivieren. Guck mal jetzt. Was passiert jetzt? Was ist jetzt passiert? Warte, Michel. Bleib auf Top 200, hol schon mal ab, aber bleib mal kurz drauf, damit die Leute sehen, was Sache ist. Boah, 199 seid krank. Mit Eierflattern, ich höre. Aber wusstest du Sonntag schon, dass du noch drin bleibst, oder nicht? Nee, 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 nee. Wie viel warst du Sonntagnacht? Als ich letztes Spiel gespielt habe, war ich 165. Das war so um vier. Oh, ich muss nur mit LTE machen. WLAN bei mir ist ganz krise. Okay, easy. Wir gehen rein in die Top 200 Rewards von Michi. Let's go. Ui, Godin, Junge. Direkt Main-Team. Direkt Main-Team. Sogar ohne Gnade, ohne Überlegen. So gut. Ui, ich guck gut, dass du Godin genommen hast. Das ist wenigstens 286. Ja, ich dachte mir noch gerade jemand. Weil dieser Stämmer kommt irgendwie die ganze Zeit, hat man schon gemerkt. Er hat angetäuscht. Schon wieder Godin. Den kann man ja nicht ziehen. Ich guck mir mal nebenbei das Tati an. Oha. Ey, wollen wir mich verarschen? So Quatsch. Wow. Warte, ich muss kurz. Einfach fünfmal den gleichen. Wieso habe ich jetzt Godin genommen? Warte mal. Warte mal, das ist alles Quatsch, was ich hier gerade mache. Mach, ich sag dir, mach Icon Player Pick. Du wirst so ein PD daraus ziehen. Oh, kannst du Dings machen? 86er Upgrade? Ja, glaub schon. Leute, Oblak wäre krank zu ziehen. Ich sag euch ehrlich, De Jong wäre nice, Lever wäre nice. Die P kann man auch noch so. Ist okay, kann man Bank ballern und dann Super Sub zocken. Bail, hm. Es gibt so fünf Spieler, die sind okay. Die sind nice. Nice to have. Jalla, weg mit euch. Jalla, weg mit euch. 86 Plus Upgrade für den Werner. Soll ich mal Team zeigen? Zeig mal Team, ja, ja. Guck mal, damit habe ich Top 10 Erfolg. Schmutz. Weißt du, woher raus seid, den wir gezogen hat, den MRP? Ja. Ich glaube, Stürmer Pack. Echt? So wie ich Lewandowski gezogen habe. Boah. Oder? Hast du Stürmer Pack? Ja, guck mal hier. Lavo Untrade. Geil, ich habe Dings untratted so. Oder gar. Feierst du? Ja, ist okay, ist nice. Hat gute Stats. Man bekommt immer 84 oder 86. Bei Top 200 ist schon lächerlich, ne? Ich hoffe, nächstes Jahr macht EA wirklich mal was mit den Rewards. Kann ja nicht sein. So, 86 Plus Pack. Stabil. Krank, Digga. Kann man echt nicht meckern. Kann man echt nicht meckern. Bro, Mund zu trocken irgendwie, ne? Mhm. Deswegen trinke ich die ganze Zeit. Du bist echt dorstig. Ich merk schon, ne? Ja, ja. Aber ich habe immer dorstig. Ich trinke so viel am Tag. Oh, deine Packs sind heute zu krass. Hat sich gelohnt, 60 Spieler am Wochenende bisher zu spielen. Man, ne. Man, ne. Er spielt aus Fanahol Top 200. Er hat so zurücklehnen, Leute. Er hat so gespielt. Er geht so Fuß oben und so. So. So gechillt. So gezockt. Auf einmal 29.1. Er guckt. Mit Kopfkratzen. Mengenkanal ist Elite 1. RTG Top 200. Gepäckst. Dann hätte ich so Quatsch. Du hast dich angelehnt. Das Ding ist, ich habe mich mal drauf fokussiert. Weil ich mich immer nerv chat, ne? In Hamburg redet jeder so. Danny, ich habe Danny ertackt. Sag mal Dings. Sag mal. Sag mal. Eikens, Eikens. Oh mein Gott. Sieh. Engelmann. Moment. Moment. Gibt es die Moment? Ja, cool. Nein, nein. Oh mein Gott. Was für ein Pack? 100k Pack. Der Mann zieht einfach eine Eikens aus 100k Pack. Rewards hat mich gesagt. Top 200 ist okay. Die haben gegönnt. EA. Ich schwöre, die haben einen Elber nicht, glaube ich. EA. Jetzt verhalte ich. Was wollen wir Ihnen erzählen? Achso, ich wollte das für ein Wort sagen. Sag mal. Was steht hier? Saturn. Hä? Saturn. Aha. Saturn ist normal. Das ist einfach in Hamburg so. Dors, Saturn. Man sagt nicht Saturn. Das ist voll komisch für uns. Das sagt man wirklich nicht. Saturn. Ich kann das gar nicht. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der Saturn sagt. Die nervt mich das Ding. Ich schwöre sogar. Wie denn? Die rasten aus, wenn ich Saturn sage. Das heißt das so. Nein. Das heißt Saturn. Sind wir durch mit Top 200? Ja, ich war auch. Finde ich so. Okay. Ich küsse doch dein Herz. Okay. Wir gehen rüber. Wir gehen rüber zu Predator Fifa. Zack die Bohne. Der Mann, der Dortmund in seiner Insta Bio hat. Aber eigentlich Wuppertal oder so wohnt. Scheiße Jungs. Kann ich das machen? Full Full Bild machen oder geht das nicht? Ich glaube du hast ihn sogar echt gebastelt gerade. Er schämt sich. Komm mit Rot werden und so. Guck ihn euch an. Warte ich mach mal hier in meine Cam. Geil. So. Dann gönn dir den Hasen Mann. Aber ich finde heute wieder gut wie du im Himmel streamst mit Licht und so. Richtig. Das ist doch. Ich dachte in Dortmund das schönes Vertrauen soll, ne? Ja. Die Sonne. Sieht gut aus. Würde ich auch gern. Grad. Wir sehen die Sonne. Das ist ein super Mann. Ich sag dir ehrlich. Wieder. Den Mann habe ich halt so oft gesehen schon. Ajok. Ajodovic. Er leuchtet. Der Mann ist erleuchtet. Ja Mann. Engel sind bei ihm gerade zu Hause und so. Die holen ihn jetzt ab. Ja. Die wollen ihn mitnehmen, weil er so ein Engel ist. Die wollen ihn nach Dortmund mitnehmen, Leute. Scheiße. Aus Wuppertal einfach. Aus Wuppertal? Wunst du ehrlich? Wuppertal? Nein. Guck mal. Aus Wuppertal. Hä? Gibt doch Schwebebahnen und so. Ist doch wild. Gib doch zu. Schöne Stadt. Wuppertal super. Ja. Hm. Ich kann glaube ich auch 86 plus Upgrade machen. Ja. Dieses mit. Du kannst alle zweimal gefühlt 86 plus Upgrade machen. Ja dreimal. Gib mir diesen 5 Player Picks. Bro dieser Endo, Aion und Godin ne? Unglaublich. Ja. Super Player Picks. Super. Top 200 Player Picks, Leute. Super. Vom Allerfeinsten. Ja. Vom Allerfeinsten. Ja. Wir machen es doch lieber so. Sieht geil aus. Guck mal. Ich habe mein Team verändert. Ausrufezeichen Bewertung bitte. Super. Soll ich bewerten? Ja. Ausrufezeichen Team Bewertung. Warum nicht ne? Okay. Ausrufezeichen Team Bewertung. Wax bewertet 20 Millionen. Wie viel kostet das? Ja. 20 Millionen? 30 Millionen? Ja. Auf Xbox glaube ich 20. Auf Placety. Ja. Placety wird so 3. Ja. Irgendwie so. Wax bewertet 30 Millionen Coins Team. Baba Titel Stream hat das Video geregelt. 100.000 Klicks. Danke dir dafür Predator FIFA. Subs. Shoutout geht raus. Also ich bewerte mal dein Team. R9 Prime Schmutz muss der Moments hin, wenn er kommt. Rulled Prime Schmutz muss der Moments hin, wenn er da ist. Gibt es auch schon. Neymar ist gut. Rashford Schmutz. Da muss auf jeden Fall noch was Neues her. Ronaldo Schmutz. Wenn man nicht den Tod hat, hat man nicht verdient Top 200 zu kommen. Ja. Was soll ich dir noch sagen? Jones ist okay. Guter SPC. Walker super. Bester Verteidiger im Spiel. James auch super. Cancelo finde ich wieder… Weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Geringverdiener. Hernandez nicht mal Full Chemie. Auch scheiße so was. Und Yashin kriegt von mir eine gute Note, weil Hut und so. Das war die Teambewertung deines Teams. Wollte ich nochmal verbessern an deiner Stelle. Aber mit dem Team wird auch jeder Top 200 kommen. Kannst du diese Kommentare? Ja. Hä nein. Weiß gar nicht was du meinst. Bro mit deinem Team. Wie schaffst du nur Elite. Mit deinem Team würde ich so Top 200 holen. Bro mit meinem Team du würdest trotzdem Silber 1. Merf mich nicht. Ich hab geskippt. Aber das sind eh die Schmutzpacks. Die kenn ich ja. Also ich hab diese Untrade Dinger da genommen. F. Leute wie fanden dir meine Teambewertung? Seid mal ehrlich. Schulnote 1. Guten Morgen Isi. Weil ich wollt grad fragen. Feiner Batsch. Ne. Ich wollt grad fragen. Wie viel ist dein Outfit wert? Achso. Sind das jetzt Fronts an mich oder was? Ich frag nur. Warte. Du denkst jetzt Fake Politik? Ich frag nur. Hä? Ich frag nur. Du bist ein reudiger. Ein sehr sehr reudiger Mensch. Weiß ich nicht. Kann doch sein. Ist ok. Ist legit oder was? Legiter als. Egal Digga. Scheiße. Was kostet ein T-Shirt? Sag mal. Den einen oder anderen. Fettig. Lass mich in Ruhe. Sagst du Istanbul? Oder sagst du. Ich sag. Weiß nicht Digga. Milanoi wie die Kaka heißt. Alter. Lass mich in Ruhe. Parfetch. Parfetch. Nein. Bei dem muss ich sagen. Das habe ich. Also das T-Shirt jetzt. Ehrlich jetzt. Das habe ich. Glaube ich im Monat oder so gesucht. Aber das gab es nicht. Und dann kam auf. Seite selber auf. Ja. Also nicht auf Parfetch oder so. Sondern auf Balenciaga Seite selber. Ja. Und dann. Hat der Predator. Sehr sehr schnell zugeschlagen. Das war sehr sehr wichtig. Das kostet 350 oder so. Oder was hast du bezahlt? Ja. Irgendwie so. Also. Ja. Ich habe das aber länger. Ich habe das letzten Sommer oder so gut. Ja. Stabil. Ey. Ich habe mich markiert Digga. Saftig ne. Aber schade dass du nicht folgst. Abgehoben. Schade dass du nicht folgst Digga. Abgehoben. Lass mich in Ruhe. Scheiße. Sei einfach live ertappt worden. Ähm. Ja. Ist Müll ne. So. Bro. Bisher in den Top 200 Rewards sind andere Liga. Ach Digga. Das ist wie jedes Jahr. Ach komm lass mich in Ruhe. Ja. Ich glaube dein Elberpig wird ganz ganz krass. Ich sag mein Elberpig wird so ein Oblak. Auf lässig. Guck mal. Ähm. Ja. Ey. Diese Stelle das ist langsam so ne Kruste. Das tut weh Digga. Ich weiß nicht. Hab ich geschnitten und so hier auch wieder geschnitten. Der Bauarbeiter. Umzug tut gar nicht gut. Immer mit. Mit schneiden und so. Du packst ehrlich Gott. Er sagt nein. Ich kann aufmachen wenn du willst. Ja wenn du. Digga ist dein Pack. Du musst bereit sein. Ich will gar nicht aufmachen sag ich dir. Eigentlich. Er will gar nicht. Eigentlich so ein Lever muss kommen. Wie? Eigentlich so ein Lever muss kommen. Wäre angenehm. Ey ich hab nicht gehört. Das Ding ist man kann echt nicht so viele Coins. Du brauchst De Jong. Du brauchst Lever. Du brauchst Bale. Du brauchst äh. Wien gab's noch? Pack geht auf. Top 200 Elfer Pack. De Jong Bale. Erstmals Schluck Wurlwitsch nehmen. Warquard auf jeden Fall schon mal. Oh Frankreich? Stopp. Nein. Ey du bist ein guter Mann. Schimikoni. Schimikoni Predator. Nimm mir den Namen. Was soll ich dir erzählen Alter? Oh. 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 Oh was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Oh. 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 Digga. Das ist schon alles. Acro. Fast and so. Bodenlose Frechheit. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank.